hallo liebe leute wir hatten ein gewinnspiel am 7.5 das heute quasi zu ende gegangen ist und ihr habt auch zahlreich kommentiert dafür danken wir euch auch noch mal genau wir haben alle kommentare oder alle die kommentare geschrieben haben hier ausgedruckt in der schüssel reingetan und wir losen jetzt mal aus und dann gucken wir mal was dabei rauskommt oder wer dabei rauskommt ja genau guck mal nicht hin wisch mal ein bisschen ja okay okay machen wir halt mal am besten eine kamera den schicken fingernägel ja wir werden dich einmal in deinem kommentar erwähnen aber du kannst uns dann schreiben über instagram am besten ist am besten weil über youtube kann man ja nicht kommunizieren genau melde dich einfach über youtube über instagram bei uns und dann leiten wir alles weiter ein und viel spaß beim benutzen genau und danke für die ganzen kommentare wir sehen uns ciao